Hallo meine Lieben, mich hat ein Päckchen erreicht und zwar von Heilstein Edelstein. Ich habe schon aufgemacht, weil ich so neugierig war und ich zeige euch das einmal. Wie schön ist diese Himalaya-Salzlampe, bitteschön. Die gibt es im Shop sowohl in hell als auch dunkel. Ich habe dunkel gewählt. Die kostet im Shop auch nur 19,99 Euro, also schaut dort unbedingt vorbei. Die haben, wie gesagt, ganz viele Heilsteine, die haben auch Schmuck, die haben wirklich alles, was das Herz begehrt. Hier haben wir einmal ein Bett-Set. Darüber freue ich mich riesig, weil ich schlafe wirklich sehr, sehr schlecht in meiner Wohnung. Ich hoffe, wenn ich jetzt bald umziehe, dass ich dann besser schlafen kann. Wie schön sind die Steine, bitteschön. Einmal ausgepackt. Also wenn ich die Nacht nicht gut schlafen kann, dann weiß ich auch nicht. Die glitzern auch richtig, richtig schön. Dann in dem Säckchen war ein Lebensbaumanhänger für Ketten mit richtig vielen schönen Steinen. Und schaut, ich habe hier meine Jacke an. Die ist in so einem Rosé-Ton und die passt wirklich perfekt zu der Kette. Da fehlt mir jetzt nur noch ein Band, damit ich die Kette auch anziehen kann. Dann haben wir hier noch einen Daumenstein, Magnesit. Ihr könnt dort im Shop übrigens auch schauen, was die Steine jeweils für Bedeutungen haben. Und zu guter Letzt ein kleiner, süßer Fluorid-Engel. Es gibt den Engel auch noch mit Anhänger. Also ihr könnt die dann auch für Ketten verwenden. Und ich habe eine Überraschung für euch. Es wird ein Gewinnspiel geben. Also freut euch. Und ich halte euch.